tschüss junge brauche ich nicht so aber wir kommen jetzt mal rein bei eintracht beuern beuern eintracht beuern ich sage jetzt mal eintracht beuern was auch immer aber eintracht beuern ganz wichtig muss ich mir merken kaderfeedback eintracht beuern nicht beuern sondern beuern und der kommt aus hessen diesen busig busig beuern und für dich auch der hinweis ich bin nicht dabei seit letzter schluss sondern ich bin auch nur ein manager der die hier einen blickwinkel von außen ein feedback von außen gibt zu deiner mannschaft du selbst bist auch verantwortlich und trägst die verantwortung und bist auch derjenige der entscheidet also kann ich dir nicht reinschwätzen das wichtige ist dass du selbst entscheidest und dass du auch weißt dass du der entscheidungsträger bist dass mein blickwinkel mein feedback dir ansprechend auch am popo vorbeigehen kann oder vielleicht ist auch was dabei was da nützlich sein kann von daher bin ich mal gespannt was dann am ende rauskommt wir gucken jetzt ganz kurz noch mal nach der nachricht marco mieter da gucken wir gleich rein lassen uns jetzt nicht unterbrechen vom kaderfeedback wir kommen nämlich hier jetzt zu den torhütern von eintracht beuern das ist ja ganz in der nähe vom dachsloch schreibt der spvgg dachsloch der raudun aus schluss fritz hast post schreibt ihr euch schon wieder heimlich labrenz auf jeden fall am start so labrenz der stammtorhüter hat sich verletzt drei wochen bitter wobei ich sagen muss vielleicht ist es gar nicht so schlecht jetzt mal ganz ernsthaft vielleicht ist es nicht mal so schlecht mal den labrenz ran zu lassen mit seinen 22 jahren bis ins talent aufzudecken weil auf der linie ist es eine bombe ehrlich da bin ich eigentlich ich finde linie wie ich sage ich bin irgendwann echt so ein linien fetisch ist ich mag die linie ich mag auch wenn der wert hoch ist der ivanausgas ist nicht schlecht hat gute werte aber die linie ist sehr niedrig was bei labrenz halt nicht der fall ist bei labrenz finde ich linie überragend und vielleicht hilft es dir ja auch tatsächlich jetzt den kasten noch ein bisschen sauberer hinten zu halten und ich setze tatsächlich mittlerweile sehr auf die linie auch mein stammtörhüter der ist nicht besser wie mein vorhergehender stammtörhüter aber er hat sich hoch gespielt durch die linie sei vielleicht ist etwas so verkehrt ihnen jetzt auch ein bisschen spielzeit zu geben zu schauen wie er sich entwickelt in den drei wochen vielleicht ist er eine stütze für deine mannschaft auch wenn er nur 21 prozent gesamt hat aber schauen wir mal kollerov schöner torhüter auch da ist ein paar schöne auf jeden fall start eintracht boyan das kann schon was kollerov ist nicht schlecht guter backup wie man ausgas hat eh noch ein paar jahre die er noch spielen kann ist auch ein super torhüter der kann sich auch noch entwickeln aber schon mal mit labrenz läuft der kollerov auch nicht schlecht bin gespannt was du dann für ergebnisse rauszauberst mit labrenz dann daher ich finde es eigentlich echt gut du hast keinen richtig bomben tv da hinten drin was was wir schon hier gesehen haben sondern einfach schöne solide torhüter und mal gespannt also labrenz könnte die dich vielleicht sogar überraschen in den drei wochen wo jetzt vielleicht auch zum einsatz kommt bin ich mal gespannt fuß und spieleröffnungs regeln habe dieses schon drei vor schon drei vorlagen ja fuß ist aber nicht fuß abwehr spieleröffnung hilft auf jeden fall beim vorlagen geben durch den keeper und ich persönlich sehe es aber so mein keeper sollte in erster linie erstmals torhüter zauber halten was er mittlerweile echt gut schafft bei mir auch ich kriege ja wenig gegentore jede saison von daher ich bin da eher der der klassische torhüter spieler der sagt mach erstmal deinen kasten sauber dann kann ich vielleicht mal noch ein bierchen trinke und dann kann ich mal mitspielen ja er kann bloß den alten gerade nicht nehmen weil er verletzt ist und ja es stimmt der alte sieht schon sehr gut aus und ist wahrscheinlich auch der bessere torhüter aber ich bin gespannt ob labrenz ihn jetzt überrascht jetzt wo er spielen darf und muss wie gesagt ich bin nicht dagegen der erste alte nicht spiel sondern in den drei wochen wird er vielleicht auch überraschen der labrenz wer weiß ist da einer aus swaziland ne das ist das ist südafrika das ist fast swaziland das ist so swaziland neighbor nike gucken wir mal nach nike noch mit rein so in verteidigung extrem wichtig dass die gut dastehen das sind schöne vor allem der nike gefällt mir sehr gut auf der position kuhn ist ist auch nicht schlecht wir wissen der dm bei der koch ist nicht der stand da gucken wir auch noch rein aber kuhn und nike das passt erstmal so weit 29 jahre 27 jahre bei ihm natürlich irgendwann die renten thema vielleicht in einer saison vielleicht in fünf saison vielleicht auch erst in zehn wer weiß ja das kann alles passieren aber sind schöne das sind schöne in verteidiger der ist der hier sogar sehr gut bei ihm passt ist jetzt halt eher so ein bisschen kleiner abklatsch von ihm hier deshalb gucken wir mal was für kuhn noch finden holzhauer als erstes holzhauer ja ja es ist schwierig bei ihm den würde ich wahrscheinlich verkaufen ehrlich gesagt der ist gefällt mir nicht auf egal welcher position er spielen könnte der zweikampf ist zu niedrig für iv ist der kopfball noch zu niedrig dm ja also schwierig bei holzhauer als als backup erst mal okay pfeiler spielt bei dir av links warum nicht gucken wir da mal die avs noch durch als iv auch nicht so verkehrt aber als av besser geeignet mergen ist bei dir jetzt nicht aufgestellt mergen ist ja backup hat einen guten zweikampf wert das schon mal kann man auch auf jeder position einsetzen als av oder iv das geht schon als backup ist es in ordnung 17 prozent 23 jahre 21 talent kann man noch hoch trainieren ist es noch nicht bombe aber es ist in ordnung also merken kein schlechter guter backup da würde ich sagen cool da kann man ev da kann auch mal av auch wenn der kopfball wert hier nicht ganz so geil ist lieber auf der av einsetzen an der stelle was die hardskills angeht und dann gucken wir noch nach prof prof neu einkaufen mal gespannt schöner spieler eigentlich dass ich für die prof halt spielen als ev weiß ich warum kuhn gerade da stelle eigentlich ja vorbereitet hast deine stamm erst mal aber der prof gefällt mir eigentlich sehr gut dann 1,5 sogar bekommen er gefällt mir richtig gut den würde ich ich würde prof auf jeden fall dahin stellen dann hast du kuhn als backup nur noch ein zwei andere spiele ach sorry ich weiß nicht warum das manchmal liegt es ist später am abend prof profiterole prof würde ich da hinstellen auf jeden fall für kuhn der kuhn ist mir ein backup auf jeden fall sind durch durch die iv gell du hast prof du hast naika du hast ähm kuhn noch als backup dann den hier würde ich verkaufen tatsächlich der gefällt mir nicht so und du hast noch merken als iv und ab abokjant aber der ist mir auf der av unterwegs die zwei werte tauschen wird das super aber ja ich würde sagen in der innenverteidigung machen wir da mal so ein halbwegs grün gelb ding hin weil ich finde du hast da es ist okay das ist keine riesen lücke aber du so eine ganz kleine mini lücke hast du auf jeden fall weil du hast die backup spieler sind nicht so gut wie deine zwei stammen ivs das ist der hauptgrund dafür das ist schon der hauptgrund dafür kommen wir zum af aus da wir schon fast alle af aus gesehen haben finde ich auf jeden fall ein feiler schon mal nicht schlechter und dann abo abokjant auch der ist richtig stark auf der position wenn der zweikampf noch besser wäre aber das passt auch für mich wäre das halt jetzt so typisch weiß ich falscher wert mit dem kopfball hier typisch falscher wert aber ist ein guter av ist schnell hat bisschen zweikampf aber der zweikampf wert statt mich trotzdem ein bisschen bei ihm die taktik verständnis brutal gut aber halt die 4,5 ist hat auch nicht so pralle gut ist eigentlich ein guter av wäre vielleicht sogar auf der dm besser aufgehoben kuhn ja würde ich jetzt nicht unbedingt als besten av als backup ist das okay holzhauer verkaufen und das ist tatsächlich nicht ich weiß nicht mag so spiele einfach nicht die keinen zweikampf haben ne der ist nicht so weit weg von dem anderen aber 13 ist halt schon ein bisschen schlimm meine angebote merken kann man kann man mal spielen als backup auf der av wäre sogar eher die position die für ihn besser geeignet ist bei patrick bei patrick merken dann haben wir noch den stabilen nie sabbel nie ja kann man auch einsetzen ist auch ein backup für die av position für die dm sogar auch ein bisschen aber mehr für die av schwamberg ne würde ich verkaufen gefällt mir nicht sorry wenn ich da manchmal ein bisschen schnell bin aber ich sehe es schon an hard skills das sind paar dinge die mir sofort auffallen die gefallen mir da nicht so gut kredge kredge ist om bei dir würde auch einen guten av abgeben da würde ich mir echt überlegen weil du hast auf der av von den noten ein bisschen probleme müssen wir die om dann noch durchgehen und gucken ob kredge vielleicht noch verschoben wird aber als om funktioniert er auch könnte sogar als dm gut funktionieren aber ja vielleicht ist om sogar die bessere position für ihn und wir gucken noch nach li den laub der bei dir links im om spielt auch kein schlechter für die av position finde ich finde jetzt da im om ja kann man auch mal spielen zu langsam paule ist leider vergeben er ist zu langsam der hat eine rote bekommen der pfeiler er hat auch nur zwei spiele bisher gemacht ja puft hat leider hat leider in den letzten wochen nur zwei bargain in der form schade schöner schöner innenverteidigung schöner innenverteidiger wirklich brutal gefällt mir eigentlich echt gut also es gibt auch ein chat also wenn du gerade auf twitter bist ja es zieht auf jeden fall die noterunde die 4,5 ist trotzdem bitter aber es sind erst zwei spiele deshalb sind die noten noch nicht so extrem aber ich finde auf der av schwierig eigentlich sind die spiele nicht schlecht die du da hast die du da stehen hast ich mache auch mal so ein gelbes ding hin es ist nicht so schlecht aber es fehlt mir noch so einer der schnell ist und zweikampf hat irgendwie ein bisschen taktikverständnis der eine pfeiler hat potale taktikverständniswerte das ist echt krass und gucken wir mal nach koch wir wissen ja da spielt eigentlich ein verletzter dm und das ist riedel cosimo riedel starker dm ja den nehmen wir den nehmen wir auf jeden fall dann mal noch koch koch ist ein guter ersatz dafür der ist sogar doch gefällt mir der hat guten taktik zweikampf der gefällt mir auch sehr gut der hat pokale kondition schnelligkeit ist unwichtig ne eigentlich auf der position ich spiele zum beispiel sehr langsam dm aber das passt also riedel richtig stark kochen richtig schöner backup dann haben wir noch hier kuhn der könnte das auch spielen will ich aber jetzt dann nur einsetzen na ja doch da kommen wir auch ist sogar eher ein dm für mich kein iv unbedingt aber ja wenn prof nicht bekannt da muss kuhn ran und deshalb da fehlt so ein bisschen der back haben wir schon gesagt ein iv der backup holzauer würde ich jetzt haben wir schon drüber geschwitzt warum sehe ich eigentlich die transfermarkt dinge nicht ok sehe ich zabilni 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 zappelnit 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 genau da ist es ferdinand zappelnit eher ein av würde ich jetzt eher ein av sehen und den könnte man vielleicht auch mal links oder rechts einsetzen im av würde ich mal ausprobieren mit dem jung hat er vielleicht sogar schon gespielt 4-0 wenn er es gespielt hat zappelnit und der schwammberg ist av wir müssen noch nach kretke gucken den haben wir auch schon gesehen richtig schöner spieler verstehe auch warum der om ist wäre als av auch richtig gut geeignet aber vielleicht sogar ein besserer zom kretke müssen wir mal gucken ja guck mal aber ich würde ihn wahrscheinlich auch eher im om einsetzen als im dm ja lindenlaub auch auch om ja da brauchen wir gar nicht drüber schwätzen der bleibt auch om vielleicht auch av also der könnte auch av spielen mit den werten aber om dann haben wir noch kurz das ist ja viele dms wenn einer dm ist das ist ein bisschen vieler team ist zu gut für liga 5 finde ich jetzt noch nicht mal nicht zu gut für liga 5 es ist aufstiegsmöglichkeiten gibt es auf jeden fall mit dem team ich finde nur die av schwierig und die innenverteidigung ähm weil nicht so ein nicht es sticht halt keiner raus gerade aber das ist vielleicht auch ganz gut vielleicht ist es gut dass es nicht raus sticht äh kotzius ja ne als dm ehrlich verkauf den verkauf den oder lerne ihn um aber spiele ihn nicht als ne der zweikampfwert ist einfach viel zu schlecht neumann also kotzius wenn jemand abkauft natürlich wenn nicht muss dann halt behalten oder vertrag auflösen aber hm weiß nicht das hier wäre jetzt schon eher einer aber ich sagen würde gut den kann man als backup mal spielen und bringen ähm dritter mann halt also das zu viele dms für die formation die du spielst ein 4 2 3 1 dann kannst du koch und riegel spielen und dann wird es schon eng ja dann verstehe ich dass du kotzius und neumann noch hast aber trotzdem ich finde gerade gerade kotzius den würde ich verkaufen auf jeden fall bei neumann kann man sich streiten aber wenn du ein 4 2 3 1 spielst ja das kann man gerne tun ich finde die dm position ist sehr gut besetzt bei dir die ist sehr gut besetzt da hast du gute spieler ähm kannst mit arbeiten hast backup dort und der riedel ist echt stark gratuliere zu dem dm der riedel würde gar nicht aufstellen der ist so schnell der ist fix beim bier holen oder der ist sprit holer zwischendurch bierpilz sehr schön ne der riedel ist echt gut warum gehst du nicht Junge warum gehst du nicht Junge warum gehst du nicht Junge kommen wir zu Lindenlaub und Gretke und Batterien warum musste das jetzt passieren ich weiß es nicht ich bin ein bisschen ich bin nicht müde ich muss was gehen das nervt mich als immer ähm Thomas Gretke und Lindenlaub ja warum nicht die sind auf jeden Fall gute OMs die kann man auch im Flügel einsetzen beide wenn du 4 für 2 Flügel spielst ist okay vielleicht Gretke der ist der bessere OM würde ich auch da spielen gefällt mir Schläger ist echt ein super Spieler gratuliere dazu aber auch Gretke schöner Spieler beides sehr schöne Spieler er natürlich dann wenn du mal 4 für 2 Flügel umstellst ist es eine Option für die Außenbahn er halt leider nicht aber da kann auch ZOM die ganze Zeit spielen das passt der Schläger der prügelt halt auf die Gegner ein gucken wir mal hier noch nach Timoko Backup Spieler ganz klar er auch fürs ZOM wahrscheinlich oder im 4 für 2 Raute geht das auch 4 2 3 1 ist natürlich dann auch eher im Zentrum zu Hause wegen der Schnelligkeit im Sturm eher nicht so Bosco Völker das ist jetzt eher ein Stürmer aber den kann man auch mal zur Not als Backup sehen für den Flügel aber ist ein schneller Stürmer der halt gut Kopfballwerte hat das ist so ein bisschen hin und her gerissen ist er jetzt Zentrumspieler ist er Außenspieler kann ich nicht so direkt beantworten er ist schnell aber kann trotzdem gut Köpfen wahrscheinlich für mich dann trotzdem eher ein Zentrumspieler auch wenn er so schnell ist aber wer weiß als Backup ist er für Außen auf jeden Fall nicht schlecht hier ein Ivanidis da sind ein paar Griechen drin konditionell stark Schnelligkeit ist okay würde ich auch als Backup sehen und für einen Flügel oder für das egal wo kann man den als Backup sehen hat jetzt keine Spezialität drin wo ich sage der muss jetzt unbedingt irgendwo speziell spielen Lika aus Schweden das ist auch wieder ein schöner Backup-Spieler für die OM kann auch Außenschnell schnell sein hat guten Technikwert würde ich auch eher in 4-2-3-1 spielen wahrscheinlich als in einem 4-2-Raute weil diese 2 gab es so ein bisschen fehlt schön aber die OM auch wieder schwierig du hast da schon ein paar Spieler aber Gretchen und Lindenlaub die besten dann hast du noch Schläger dazu und das war's und dann hast du Backups hintendran also du darfst halt kein Pech haben du darfst halt kein Pech haben das ist in Ordnung ich finde du hast auch ja man macht es mal wieder ein bisschen gelblicher ich finde gerade in der OM sollte man wenn man 3 Stück spielt auch breit aufgestellt sein das sollte man schon nochmal so ein 2 Spieler haben die nochmal so ein bisschen rausstechen vielleicht auch sogar 3 dass man komplett tauschen kann ich merke gerade bei mir ich habe einen Verletzten eine rote Karte und einer nicht fit und schon wird es eng ja aber das ist schon übel manchmal aber der ZOM ist sehr gut Gretchen gefällt mir auch Lindenlaub fällt so ein bisschen ab aber ist trotzdem noch gut für einen Flügel kannst du auf jeden Fall spielen da kannst du vielleicht auch was schnelles außenland bringen bei 4, 2, 3, 1 ja kannst du eigentlich auch genauso aufstellen da machst du nicht viel falsch mit den Jungs bloß die Breite hinten dran fehlt aber das ist fast in allen Mannschaftsteilen so außer in der DM Position tatsächlich und vielleicht noch Torhüter wenn man das noch so ein bisschen vernachlässigt so kommen wir zu den Stürmern wir haben noch eine Nachricht vielleicht hat er noch was geschrieben ja es ist auch man sieht es ja auch ihm fehlt halt so ein bisschen was ist nicht schlecht aber so ein bisschen ihm fehlt halt was vor allem hier in dem Bereich wo man dann Eis nicht schlecht wäre tatsächlich wie eine Option den auch dann wie gesagt das Backup zu bringen auch wenn er Ergassive Leader hat Zotvos 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 ok kommen wir zum Sturm Zotov Zotovs Zotovs links Ohnuk rechts sehr ähnliche Spieler sehr sehr ähnliche Spieler bis auf die Schnelligkeit und Technik die vertauscht ist aber sonst sehr ähnlich vom Aufbau der Skills her er hat zwei Tore geschossen der Onuk Berg so heißt mein Cousin Berg Onuk Tore sind wichtig er hat keine und obwohl ich ihn besser finde so ganz leicht aber zwei zentrale Stürme schauen wir mal weiter was du noch hast das ist Dennis Kahn Backup Spieler für den Sturm 18 Jahre muss ich noch entwickeln das ist in Ordnung und wir haben noch Mouhasa der auch nicht schlecht ist hat auch ein Tor geschossen ja warum nicht Zotovs ist so ein bisschen stinkt so ein bisschen ab mit den Toren aber ein guter Spieler und die Note weiß ich auch nicht hat vielleicht auch wieder eine gelbe Ingo bekommen aber Mouhasa auf jeden Fall auch kein schlechter Spieler hat auch ein Tor geschossen muss man halt sehen wer da besser ist manchmal ne Gesamtschnitt ist nicht alles und so ist schon wichtig Schläger ist als ZDM gesetzt da kannst du nichts dran ändern der würde aber auch einen sehr sehr schicken Stürmer abgeben von seinen Werten her sogar der beste Kopfballwert fast glaubt Zotovs ist nur besser also zweitbester Kopfballwert im Sturmbereich Timurko haben wir schon gesagt ja kann auch mal als Backup im Sturm wenn es sein muss und dann haben wir Völker der Schweizer der halt schnell ist da bin ich echt hin und her gerissen irgendwie bei dem bin ich mir komplett unsicher was ich mit dem spielen würde weil seine Hardskills halt so ganz komisch verteilt sind so Kopfball 28% Schnelligkeit 35% ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht irgendwie Flügel aber dann wieder nicht bester Kopfballwert für den Sturm tatsächlich schwierig bei Bosco Völker so ein Spieler wenn ich mich wenn ich da habe ich also das Gefühl den muss ich einfach nur verkaufen weil ich nicht weiß was ich mit dem spielen will ehrlich das wäre so so mein Ding wo ich sage Sturm ist okay also es ist mir fehlt was bei dir halt so ein bisschen auffällt ist du hast so eine erste Mannschaft und hinten dran wird es dann schnell schwächer nur im DM halt nicht sonst das ist wirklich so du hast eine Mannschaft die vorne mit der ersten Elf echt gut aussieht die okay aussieht die fünfte Liga tauglich ist die sogar zum Aufstieg vielleicht da sein kann dann hast du aber hinten dran irgendwie nicht so diese diese Backups dann da fehlt dir dann immer so einer wo man sagt ja okay wenn der ausfällt kommt der rein das ist das was mir gerade bei dir auffällt du kannst das 4-4-2 Raute spielen du kannst den Flügel auch spielen du kannst auch das 4-2-3-1 spielen du hast die DMs dafür aber nach der ersten Elf sieht es ein bisschen mau aus hinten dran so meine Einschätzung gerade und du wirst dann immer mit dem mit dem Rotieren ein bisschen Probleme haben da wäre es echt mein Tipp nochmal so für jede Position ein paar zu verkaufen wo ich genannt habe vielleicht auch und dann da nochmal so einholen der als Backup ist so ein OM nochmal ein Sturm nicht unbedingt Sturm ist vielleicht die letzte Baustelle wo du gucken müsstest aber OM IV würde ich gucken AV vielleicht sogar aber ich würde OM und IV auf jeden Fall gucken das sind so die zwei Positionen wo ich sage ja weil AV hast geht AV geht ein bisschen besser als die anderen deshalb ich würde sagen kein schlechter Kader für die 5. Liga kann man oben mitspielen man kann vielleicht auch aufsteigen damit in der 4. wird es schon später schwierig mit dem Kader weil die Breite dann einfach fehlt größtes Hauptaugenmerk die Breite von deinem Kader du hast viele Spiele aber eben nicht die richtigen von daher Dankeschön an der Stelle dass ich dir Feedback geben durfte ich hoffe Eintracht es hilft dir weiter ich bin auch immer ehrlich und kritisch in den Situationen was bringt dir nichts wenn ich dir Zucker ums Maul schmiere das sage ich immer so schön von daher ich hoffe du kannst da was mit anfangen und es bringt dir auch was wie gesagt das ist deine Entscheidung dein freier Weg als Manager auch weil du bist der der die Verantwortung trägt und ich gebe dir wie gesagt nur einen Blickwinkel von außen und wenn es gar nichts für dich war ist auch in Ordnung wenn es ein bisschen was in sich hatte wo du sagst hey cool kann man darüber nachdenken aber ich glaube bei dir ist nur die Breite das Problem der Kader an sich ist nicht schlecht vielleicht auf der Torhüterposition nochmal gucken vielleicht aber da würde ich jetzt gar nicht groß rumspielen wenn die hinten ihr Ding machen ist okay bis zum nächsten Mal